Hello! Herzlich Willkommen zurück zu Wolfenstein II The New Colossus. Wir haben im letzten Video aufgehört und sind auf unserem U-Boot im Sektor F, wo sich die ganzen Regime-Fuzzis begeben, weil der Sektor unbekannt war. Und wir versuchen hier irgendwie an dem Fuzzi vorbeizukommen. Ich habe aber noch nicht die schlaue Idee. Gehen wir mal mit Nakel. Gut, das hat sich schon mal nicht sinnvoll gegeben. Das bringt auch nichts. Jetzt bricht man unsere Axt, ne? Was hast du jetzt gemacht? Der ist auf Treppen gewartet. Wir müssen jetzt erstmal zum Kommandanten schnell. Ah, der Funkraum. Muss einen Weg hineinfinden. Was hast du hier? Was? Was? Was ist hier in Ordnung? Tja! Was ist hier? Oh, was war weg? Was ist hier? Wollziehen wir wieder? Das war's. Wir finden wir noch nicht. Oh, was? Du warst. Was, was hier was? Aha. Komm mal, ist. Und hätte man den im Vorhinein hochsprengen müssen, oder? Ich weiß nicht, ob es ist hier. Ich muss zum Lesen. Danke, William. Der Ausmerzer wird unsere Spur verlieren. Komm zurück zum Umkleideraum. Der Warte lässt sich dann raus. Oh, das war ich. Setzt dich mal dahin, Panate. Oh, das war ich. Oh, das war ich. Wir brauchen wieder Verschärkung. Oh, oh. Äh. 10 HP. Das läuft ja wie geschmiert. Oh, herrgott. Das Abstützen hier war jetzt gar nicht mehr ganz so cool. Das ist ja wie geschmiert. Ja. Was ist das? 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 Einfach so, mein Leben. Alles Wissen, alle Gefühle, alle Erlebnisse. Wasser, alles weg, mit einem Mal. Wie Wasser, wie nie gewesen. Liebling, nimm dir so viel Zeit wie nötig. Aber geh irgendwann bitte zu Seth in die Werkstatt und lass dich untersuchen. Ich mach mir Sorgen um dich. Und ich ess besser was, bevor ich umkippe. Seth, er weiß es so sicher wie ich. Erinnerung? Mich kann man nicht heilen. Das ist auch mal ne nette Schlafkruhe. Also, Max. Es wird Zeit. Max Haas. Hey, Max, guck nicht so. Ich weiß, du magst Rosa. Aber so ist es nun mal. Schweine sterben, damit Menschen was zu essen haben. Max Haas. Und wir haben kein Futter mehr. Nur noch für Menschen. Kein Schweinefutter. Meist du fes. Max, Max, Max! Max! Max, Max! Okay, Max, okay! Das Schweinchen bleibt am Leben. Und jetzt guck nicht mehr so traurig. In Ordnung. Wenn du willst, kannst du fröhlich sein, Max. Lächeln! Hey! Sie ist hungrig aus, Mädchen. Füttern. Hat er was zu essen? Star-Karte. Peter Gully. Peter Gully wahrscheinlich. Gut. Max liebt seine Wachs-Machstifte. Süß. Hast du was zum Futteren für das Schwein? Ja. Ei, ei, ei. Die ist ja komplett anders. Ein schönes Zuhause für uns, Carolina. Dann haben wir jetzt... Isabel Williams. Sie lagen immer richtig. Später hin. Jetzt schauen wir uns erst einmal ein bisschen das Schiff an. Shooting Range. Beschlossen. Äh, wollte ich doch gar nicht nehmen. Na, du willst Fangspielen was? Ich würde gerne meine Waffen verbessern. Und zwar die Pistole. Oh. Hätte ich gerne einen Schalldämpfer. Uh! Uh! Nein, dann tun wir uns um einiges leichter. Super. Den blöden Kommandanten. Das ist ganz gut. Wie soll ich ausflippen? Das war meine... meine Laser. Das wäre wohl sinnvoll, ja. Was bist du? Aha. Warum eine Dusche hier? Na ja. Wird schon seltsam haben. Achso. Wir müssen hier doch eiern mit Zeit. Sehe ich schon. Ich bin hier. Ich hätte jetzt trotzdem gerne wieder ein paar Weile. Einfach mal so. Wir machen's. Komm hier, Pokkenz, falls das schön ist. Wir machen's. Ne, jetzt ist mal einer durch die Lappen gegangen, oder? Ich hab einen Pfeil, ganz gut. Das müssen wir jetzt nicht sinnlos verschleudern, wie im letzten Video. Gut. Ja, wir schauen jetzt mal hier alles ein bisschen an. Da müssen wir später hin, da waren wir schon. Da ist das Schweinchen drin, da ist der Django. Das ist Max's Zimmer. Ich hab einen Pfeil. Was machen wir denn jetzt? Al Sanchez. Al Sanchez. Gut. Gut. Huh. Haschlabber. Jetzt zum Hanger. Jetzt hätte ich trotzdem das arme Schwein gefüttert. Krankenstation. Wie fühlt sich Ihr Kopf an, Mr. Stubbins? Gute und schlechte Tage, Irina. Wenn ich meine Pillen nehme, bekomme ich garstige Kopfschmerzen. Was passiert, Mr. Stubbins, wenn Sie sie nicht nehmen? Dann würde ich in einen psychotisch-paranoiden Zustand verfallen. Na super. Voll die kaputten Leute hier. Schlimm, was mit Caroline passiert ist. Ah na, Cafeteria. Wer gehen wir jetzt hin? Das ist bestimmt was für Schweinchen. Ha! Brust. Hey. Fergus kann nett sein, wenn er will. Wenn er zum Beispiel Leute anbrüllt, die helfen wollen. Oder sie vor allen anfährt. Oh Gott. Natürlich hat er auch... Was ist das denn? Ich kann nicht aufhören. War es Erdnussbutter? Zu mir ist er immer sehr nett. Erdnussbutter. Wow. Hat denn Fergus vielleicht ein Auge auf unsere Süßen? Okay. Hey. Warum auch nicht? Oh nein. Nein, 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 nein. Immer eine geile Toilette. Da ist der Platz. Haben Sie den zweiten Abgasfilter von Hast2 geprüft? Natürlich, natürlich, Miss. Boldo hält immer, was er verspricht. Hast du ja eine Schwäche für ihn? Nein, nein, Miss. Nicht repariert. Der Filter war nicht kaputt. Wir brauchen neue Kabel für die Abgasfiltersteuerung. Aber sag mal. Warum wirst du auf andere? Nein, 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 nein. Braune. Mierda. Okay, Boldo. Ich rede mit Z. Vielleicht können wir dem Regime noch mehr Elektronik stibitzen. Okay, okay. Häng mit zum Hals raus. Warst du schon bei Z? Nein. Nein, ich war noch nicht bei Z. Frau? Ich weiß schon, was ich mache. Wo war die Karte? Ach, Karte. Weißt du was Gescheites? Mein Billard. Katzen? Die Stimme sagt, sie haben große Schmerzen. Was kommt denn da bitte raus? Was frisst sie von innen auf? Da war was zum Mitnehmen. Was war hier zum Mitnehmen? Sprechen. Töten oder getötet werden, Monsieur. Wenn ich sie sehe, sagt die Stimme mir, dieser ist der größte aller Killer. Wenn sie doch Berlin machen können. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Spiele den Klassiker. Yay. Wow. Diese Grafik wirkt äußerst realistisch. Als wäre ich wirklich im Spiel. Oh, Herrgott. Control. BSD. Feuern. Leertaste zu öffnen. Sprinten. Auf Wechseln. Das war früher alles ein bisschen simpler. Auf Wechseln. Q zurück. J. Sprinten. Okay. Feiern. Okay. Ja. Scheiße. Das ist echt. Ei, 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 ei. Das waren noch Zeiten. Kannst ja gar nicht mehr zählen. Schockenschwer war es eigentlich. Und du hast immer wenig Schuss gehabt. Ist ja nicht indiziert worden, aber ich glaube nur die Hakenkreuzversion, oder? Das sind so kleine Gegner. Da geht eigentlich die Post ab. Luft raus. Luft raus. Ja, wie es abgeht. Luft raus. Ja, wie es abgeht. Luft raus. Luft raus. Aua. Aua! Ja, das meinte ich. Zwei Schüsse, 57 HP nur noch. Wo ist Luft raus? Du hast doch frisst drei Schüsse gebraucht. Du hast nie so viel Schuss. Ja, ich schimpf nur. Sehr gut. Elf Leben. War nicht mehr so gut. Da war was zum Essen, gell? Wir gehen jetzt aber zurück. Aber mit elf Leben kommen wir nicht so wirklich weit. Yippie. Yippie. Da haben wir sie mal lang. Was sind von da gekommen? Von da gekommen. Zehn Leben gibt es gleich. Ja, leck. Wieder ab die Post. Gehen wir da lang? Gehen wir da lang? Wir gehen da lang. Kann ich mir die Map hier auch anschauen? Nein, ich bin schon. Luft raus! Luft raus! Luft raus! Wo ist der zweite? War doch ein zweiter. Alleine gesappelt. Oh oh! Oh oh! Ha! Das war dumm, gell? Hi! Nicht Wolfenstein. Luft raus! Raus! Aha, da ist Ziel! Komm her! Luft raus! Luft raus! Ja! Ja! Wo ist Luft raus? Ja! 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 komm mal kriege ich meine MP Ah, jetzt sind sie Highlight Yeah Äh, war noch gravig, hä? Das sind Waffendetails, das kannst du ja kommen So, jetzt haben wir kurz die Orientierung verloren, ich glaube, hier lang Hoch, ist Luft raus Hii, ist ein Mexikaner, keine deutschen Wo? Ah, mein Gott, der ist gleich wieder 15 Jahre jünger So gar nicht langer 20 Jahre Wird gar nicht langer Obwohl, kein Dickner So, dann haben wir wieder 100 Leben Die Verzwickt die Kacke wird Hallo Ja Oh, oh Highlight Komm mal jetzt Komm mal nicht Ich weiß schon, da gibt's noch tausende Geheimnisse, wenn man hinter diesen Spüren schaut So, Dali, das war mal eine Sackpasse Das ist ja Hätten wir jetzt überhaupt nicht drauf kommen können H'. Da waren wir noch nicht Das machen wir schon Das haben wir auch schon, schauen wir mal da lang. Oh, 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 oh. Ein Leben bekommen! Oh. Arriba! Ey, du Arschkrampen! Haut mir doch voll einen in die Goschen, ey. Haben wir schon Kraft? Juhu! Die Bautos spielt auf. Die Bautos spielt auf. Oh, das ist gut. Hier? Cool. Gut. Die anderen zwei. So. Spiel mal. Das nächste Mal. So, jetzt gehen wir noch schnell zum Schweinfüttern. Und dann... Äh... Das war hier vorne. Äh... Ja? Ja? Ich bin jetzt zufrieden, Schwein. Gut. Faszinierend. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Servus. Ja? 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 Ja?